So meine Freunde, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream und ihr seht den Timer, es sind nur noch 2 Stunden und 47 Minuten. Bedeutet halt um 5 nach 8 fängt das Event an, unten steht jetzt beginnt um 8, aber laut Timer halt um 5 nach 8. Und ihr müsst halt wirklich um halb 8, aller 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 spätestens da sein. Weil ihr seht unten, es ist alles begrenzt, also es wird nicht jeder das Event mitbekommen, beziehungsweise nicht zugelassen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber ich hoffe halt wirklich, dass wir es dann im Stream schaffen reinzukommen. Wir gehen mal ganz kurz auf den Shop ein. Ihr habt es schon an meinem Skin gesehen. Der liebe goldene Skin Aurum ist endlich wieder da. Dann Zyklo ist immer noch da, Kastor ist auch wieder da. Und was die Skinverlosungen betrifft, laufen natürlich immer noch jedes Mal, wenn ich einen neuen Zuschauerrekord habe. Dann geht etwas an euch raus. Im Wert von 800 V-Bucks, was auch immer. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, will ich jetzt nicht. Wir warten lieber bis ein guter Schwitzer-Skin wahrscheinlich wieder für 800 V-Bucks da ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das halt so. Der liebe Goa, nee, doch Goa hat das genauso gemacht. Ihm hat der Skin nicht gefallen. Am nächsten Tag kam ein besserer Skin rein. Und dann hat er halt einfach den bekommen. Dann des weiteren Custom Games sind erstmal bis zum Event gerade gelöscht. Beziehungsweise können nicht aktiviert werden. Wir werden gleich einfach mal gucken, was wir machen im Stream. Auf jeden Fall erstmal wieder ein paar V-Bucks sammeln. Man kennt das Spiel ja. Erstmal schön rettet die Welt. Und dann denke ich mal, wird uns schon noch was einfallen. Irgendwie kriegen wir die Zeit schon rum. Und in dem Sinne würde ich sagen, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Und in dem Sinne, bis gleich.